Ja blöd ist das Sniper schießt er auch nicht leer, das kann nicht sein. Jetzt wollte ich eigentlich schleichen. Ich bin auf die Schifftaste gekommen wie bei Counter-Strike, aber hier ist es ja Sprinten. Ich bin auf die Schifftaste gekommen. Ich bin auf die Schifftaste gekommen. Kaffee, 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 Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Kaffee, Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee, Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. 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 Hey, komm. Ich hab wieder aus dem NG-Win-Taukopf. Mir fehlt noch ein Jusek und es liegt nicht an mir und meiner Spielweise. Ich hab nur noch Bärspieler, okay. Level 53, Junge mit der Schrotflinte, geil. Hat sich's wenigstens gelohnt? Ist noch einer gerannt. Aber ich weiß nicht wo. Was war das? Ach ja. Stimmt, da war ja was. Random Lootstellen. Ich hab auch schon wieder glatt vergessen, dass es sowas gibt. Ich hab schon wieder gemscht. Ich hab schon wieder glatt. Und hier alles in der Schöne. Soll ich jetzt noch ein bisschen wasser. Oho, zwei Mann. Der war Full Gear Machtrate, okay. Aha. Cool. Lucky Z-Silent. Scappi. Na ja. Was denn? Du hättest lieber wieder die Ballerei gehabt. Und Matze auf der Strecke gesehen. Ach so. Das meinst du? Na ja. Gut, ja. Kann ja sein. Sind die jetzt oben oder was? Ja. Gut, ja. Ja. Ich bin deinem. Ich bin deinem. Dann habe ich mich nicht mehr gesehen. Und ich bin deinem. Ich bin deinem. Hier wird wieder nichts. Ach, dich wird schon das Göff auf den Weg erlegen. Wart es doch ab. Ich glaube es auch. Ich glaube es auch. Noch einer. Man hört nichts. Was? Was habe ich für eine Quest abgeschlossen? Völlig ahnungslos, Junge. Der Mann weiß doch gar nicht, was er tut. Das Gäste bei Nachttöten. Okay. Wusste gar nicht, dass ich sowas hatte. Aber ich kann mich dumm verinnern. Jetzt, wo du es schreibst. Danke, Frau Antibus. Da war ja was. Stimmt. 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 Das war's für heute. Oh, stimmt, Silent, das muss ich auch noch machen. Naja, vielleicht hat es ja bloß Glück gehabt, weißt du, manchmal hast du so, gibt's so ein paar Momente. So, ah, naja gut. Äh, Igel-Owl. Was war'n das? Blöder Skepp. Schmeiß'n Skepps-Granaden. Spieler, ein Spieler. Aber glaube nicht gut, oder? Der hätte mich doch umlegen müssen. So leg ich ihn halt um. Puh, naja gut. Level 14. Seinen Rucksack klau' ich ihm. Den Rest kann man behalten. Sorg' ich... Nein. Also ein guter Spieler. Was war's für einer? Das war, warte mal, dass man sieht. Ich glaube ein Bär, oder? Ne, ein Jusek. Ein Jusek war das. Das war deiner gewesen, Silent. Easy kill, Junge. Das ist so unfair. Naja, komm rein, wir finden schon noch ein paar Juseks für dich. Ich sag' dir, was unfair ist, dass das Love Boat hier wahrscheinlich nicht da ist. Ja, ich sehe keinen Rauch. Es ist so geil, schon mal wieder Parkoffmann. Und das ist wie die Lampe so sich hier in der Nacht ihren Weg bahnt. Du hättest das Feuer schon lange gesehen. Ja, stimmt, du hast recht. Du hast recht. Das leuchtet ja. Ich hab' alles vergessen. Ich hab' alles vergessen. Wasp. Wir sind gleich draußen, dann wird es wieder hell. Ähm, Silent braucht noch einen Jusek-Kill für seine... Von wem ist das? Prapo? Mit den... Kannst du ja auch den armen Bambis bei Nacht den Drums abcampen. Ja, hast du gesehen? Da waren sie. Ja, das arme Schwein. Er hat sich voll dem Licht offenbart. Er war wie so eine Motte-Junge, ihn hat es zum Licht gezogen. Musik 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 Musik